Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte heute über ein Thema sprechen und zwar die EU und die Menschenrechte bzw. auch die doppelten Standards der EU in dieser Frage. Und zwar gibt es ja schon viel länger als die Europäische Union die Europäische Menschenrechtskonvention. Da gibt es einen Gerichtshof in Straßburg, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und 47 Länder sind daran beteiligt und es ist ein weltweit einzigartiges System einer supranationalen Verankerung von Menschenrechten. 830 Millionen Bürgerinnen und Bürger auf europäischem Boden von Wladivostok bis Lissabon haben ein Individualklagerecht. Und warum ist das wichtig? Ich habe vor zwei Wochen die Gefangenen in Katalonien zum Beispiel besucht, die dort hohe Haftstrafen fürchten wegen der Organisierung dieses Referendums vor anderthalb Jahren. Sie rechnen mit mindestens 15 Jahren. Und sie haben mir gesagt, ihre einzige Hoffnung ist Straßburg, der Menschenrechtsgerichtshof. Wir haben Julian Assange besucht bzw. Heike Hänsel und Servim Dadelen. Julian Assange sagt, meine Hoffnung ist Straßburg, obwohl er noch nicht mal Bürger der EU ist oder eines europäischen Staates, aber jeder, der hier ist, hat das Recht dort zu klagen. Oder gestern gab es ein Urteil, dass die Seawatch 3, dass die Flüchtlinge auf der Seawatch 3 von Italien versorgt werden müssen, medizinisch, mit Nahrungsmitteln. Es führte letztlich auch, dass sie sozusagen Italien aufgenommen werden konnten und landen und dort von Bord gehen konnten. Also ein wichtiges System. Das hat aber nichts mit der Europäischen Union zu tun. Und das Problem jetzt ist, dieser Gerichtshof und dieses Menschenrechtssystem ist prekär. Es ist sozusagen fragil. Warum? Zum einen droht der Europarat auseinanderzubrechen, wo Russland Mitglied ist und wo es Sanktionen gab und Russland sich überlegt auszusteigen. Es droht auseinanderzubrechen, weil Rechtspopulisten in verschiedenen Ländern auch genau dieses System angreifen. Aber das Entscheidende kommt jetzt und das Schlimmste ist, dass die Europäische Union diesen Gerichtshof nicht anerkennt, weil sie nicht möchte, dass dieser Gerichtshof urteilt in Menschenrechtsfragen bezüglich der Europäischen Union. Im Lissabon-Vertrag 2009, 2009 in Kraft getreten, steht drin, verpflichtet sich die Europäische Union der Menschenrechtskonvention beizutreten. Wir sind im zehnten Jahrestag. Es findet nicht statt und ich finde das skandalös und ich finde im Jahr der Europawahl wäre es ganz, ganz wichtig, dieses Thema auf die Agenda zu setzen. Im zehnten Jahrestag muss die EU hier endlich beitreten, muss damit dieses Menschenrechtssystem stärken und darf es nicht weiter blockieren und wenn die Europäische Union selbst nicht bereit ist, ein supranationales Menschenrechtssystem zu dem sie sich verpflichtet hat anzuerkennen, dann soll sie auch schweigen zu anderen Menschenrechtsverstößen. Amen. 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 Vielen Dank.